Wieso kaufst du gerne Vintage Preloved? Weil ich finde, dass die Pieces ganz ganz lange an Qualität beibehalten und weil man tatsächlich auch Pieces findet, die es so nicht mehr gibt. Es ist das Nachhaltigste, was man machen kann, Teile zu kaufen, die es schon mal gab. Everything I'm wearing right now is secondhand, so I guess that's fine. Well, let's see you in September. Well, you can buy this!